Weiter geht es mit der Fotoherausforderung und zwar fotografiere einen beliebigen Alpin. Ich habe den Alpin A110, also 110 von 2017. Den habe ich jetzt genommen und dieses Hotel, das ist das Spielerhaus. Und hier einmal ein Foto machen. Und jetzt sollte es funktioniert haben. Ja, genau. Verlassen. Es ist auch Gold. Nicht so wie bei der Schatzsuche. Das war es dann mit dem Video. Wie immer könnt ihr mir gerne ein Abo oder ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.